So, in diesem Video will ich euch mal zeigen den Vergleich zwischen den Fotos, die das iPhone 4s hier machen kann und den Fotos, die das iPhone 4 machen kann. Außerdem auch einen kleinen Videovergleich. Also ich zeige euch jetzt ein paar Fotos und ihr könnt immer sehen iPhone 4, iPhone 4s und danach, nachdem ich euch die Fotos gezeigt habe, zeige ich euch noch einen kleinen Video-Ausschnitt beziehungsweise ein kleines Video und in diesem Video vergleichen wir auch die, ja und danach zeige ich euch ein kleines Video, einmal mit dem iPhone 4s aufgenommen und ungefähr das gleiche nochmal mit dem iPhone 4 aufgenommen, damit ihr den Vergleich seht, wie ungefähr da die Unterschiede sind. Also viel Spaß! So, unser Test-Setup, das seht ihr hier, das ist ein Adventskalender, da haben wir ganz viele Farben, ein Tisch, der weiß ist, der auch möglichst weiß in der Aufnahme dann sein sollte. Damit testen wir die Auto-Weiß-Balance und hier so ein paar grüne Sachen, um zu gucken, ob das Ganze dann einen grünen Stich bekommt, das Bild. Und jetzt machen wir einfach mal die Fotos, einmal mit dem iPhone 4s und einmal mit dem iPhone 4 und ihr seht die jetzt hier. Das ist ein Mal im Auftrag des Jahres! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017